so herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer neuen aufnahmesession von von der winterdights 1 dem ersten addon die schatten von und 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 wie auch immer hier können wir rasten wundervoll du hast irgendwelche probleme du bist krank und keine ahnung was so wir wollten gerade hier rein ja schon werden zahlreiche untote hier die möglicherweise noch aktiviert werden lasst erst mal alle aktivieren bevor wir uns hier irgendwelche anderen dinge kümmern da ist noch einer so ich gebe dir ein magisches geschoss so war zwei hast du du hast angst aber hier hast du mit der angst vor dem vv nahrt aber von nahrt kann man schon mal angst haben immer als nahrt ein schwebender tantake kopfschuss zu mal ziemlich geil aber mal um es nicht zu vergessen ich möchte dich kraulen anscheinend habt ihr eine kille eine kistige stelle erwischt der vertraute kichert vor vergnügen und hüpft davon wie kann ein schwebender schädel hüpfen na egal nehme ich mal so hin hier sind nämlich überreste eine goldmünze ok gut was haben wir bei hier ein sarg offensichtlich der leuchtet eigentlich der defizit der gürtel schon mal der scherpe super wir bekommen also eine zauber resistenz von zwölf was ziemlich geil das habe ich auch bei als auch selena relativ lang getragen können wir gut gebrauchen für dinge und wer bitte bist du das ist ja ein solo als echsenmensch oder was wirkt ein bisschen so da ist mal jemand in karbonit eingefroren ähm so eine frage wir sind gerade glaube ich von hier gekommen oder grottenschrath höhle nein wir sind hierher gekommen von hier gekommen höhlenbärlager genau hier äh die grottenschrath habe ich letztes mal ganz gut umgebracht weil ich einfach hier reingelaufen bin und dann dementsprechend ihn gleich ausgeliefert war das fand ich so schön ich würde mal ganz gerne gleich die klinge holen und mal schauen ob ich den kampf jetzt überleben könnte guck mal da sind schon ein paar leute die wir kaputt hauen können können wir uns gleich noch vorher schützen benommenheit kältestrahl säurespritzer resistenz licht herbeirufen mages geschoss wo ist denn das nur warte mal ich bin doch als einen schutz zauber geholt den möchte ich ganz gern dauerhaft hier haben zauber zuweisen genau ein hexenmeister zauber war stufe 4 nein war stufe 3 nein war stufe 2 tötliche rüstung das ist schon mal nicht schlecht und was haben wir noch nein nein hexenmeister stufe 1 maßgeschoss geträumt und magier rüstung wunderbar die hätte ich ganz gern mal auf mich natürlich dazu noch einmal die tödliche rüstung oh mach ruhig mal auf dorna wird ja wahrscheinlich genauso angegriffen ich hau derweil mal ab nein lasst mich ruhig wieder eine tödliche rüstung gebe noch mal ach so die nur auf mich wirken dann haben wir das gelöst gut hallo meine lieben freunde ich würde gerne ein magisches geschoss auf den schamanen wirken warum nicht okay hat nicht funktioniert weil ich mich bewegt habe dann nehme ich halt magisches geschoss noch mal auf den grotten schadraman 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 du bist schon er tut es mir gleich und beschießt mich so gleich ich gebe doch so ein kältestrahl mit ich bin auch gerade tot ich bin gerade so auf na gut ja war offenbar nicht so sinnvoll dass ich jetzt euch hier eingegriffen habe hinter der barriere ist halt nicht so geil okay ähm habe ich gespeichert als ich auch gar nicht mehr gespeichert als ich sauber so gewiesen habe nein und meine schelkers getreue klinge würde ich doch lieber hier zu weisen kann ich das irgendwie machen indem ich das hier rüber ziehe schmeckt und drop und so ne geht nicht na gut dann zauber zu weisen hexenmeister äh zweiter grad wie gesagt ach verdammter miss äh tödliche rüstung schnell zugriff löschen und schnell zugriff löschen genau ich hätte einmal hier ganz gerne tödliche rüstung hexenmeister zwei genau und hier hätte ich gerne mal die andere zauber zu weisen hexenmeister erster grad die magier rüstung hier hätte ich gerne die komische klinge ist ebenfalls erster grad okay jetzt speichern ich das ganze wunderbar und ich würde ganz gerne mir selber eine tödliche rüstung geben dir eine magische rüstung dann würde ich ganz gerne anfangen das ding jetzt zu zerstören damit mein dorn auch da durchkommt jetzt gehe ich weg hui so ähm ach so meine getreue klinge hätte ich jetzt gerne mal hier ok so äh nard wäre schön wenn du den nächsten gegner angreifen würdest ich wiederum geh kurz darüber und beharke den hier mit magischen geschossen ok ok donna ist schon verletzt du bist aber auch schon verletzt dann hätte ich ganz gerne noch einen kältestrahl für dich naja läuft halbwegs äh ja donna muss weiterhin kämpfen wir haben noch einen weiteren kältestrahl das nardlich hilft natürlich nicht so angenehm ok donna stirbt bald er ist immer noch nur verletzt äh was haben wir noch säurespritzer für den da vielleicht mal anhält es auch noch da ok gegen diese grotten schrater anzukämpfen ist offenbar keine besonders gute Idee ich bin einfach noch viel zu schwach unterwegs sollte ich also mal sein lassen gut muss ich aber auch nicht unbedingt ich sehe keinen grund gerade gegen diese schrater anzutreten deswegen lasse ich einfach sein und kümmere mich lieber um andere Dinge was haben wir eigentlich noch zu tun so wir haben die 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 schrater befindet sich offenbar im Besitz eines Kobolds namens Deacon, ja, ich erinnere mich, der gibt es aber erst raus, wenn wir mit dem Drachen gesprochen haben. Geweihtes Schattenhirsch, ein elfischer Waldlaufer namens Ferran, ist auf der Suche nach dem Geweiht einer einzigartigen Kreatur, die man als Schattenhirsch kennt. Dieser weiße Hirsch verfügt über die Fähigkeit, sich eine kurze Strecke von Angreifern wegzuteleportieren, was ganz fantastisch ist, mit Hirschjagd kenne ich mich hier aus. Ihr rettet meine Familie, Nora Blake, ist verzweifelt, weil ihre Familie in Gefahr ist, also, das haben wir schon gelöst, in Anführungsstrichen, die Maske. Das ist eines der Artefakte, dass die Kobolde Drogan gestohlen haben, dem Gott der Diebe gehört hat. Welche Kräfte das Artefakt hat, ist unbekannt. Es gibt jedoch keinen Zweifel daran, dass es hier sehr mächtig und auch sehr gefährlich sein muss. Kein Wunder, wenn man seine Herkunft bedenkt. Okay, dann bin ich weitergeholfen, der Drachenzahn. Eines der gesuchten Artefakte ist ein Zahn, der eines einem uralten, bösartigen Drachendamens Hephaestagon gehört. Welche Mächte in diesen Zahnen schlummern, ist unbekannt. Doch die Kobolde, die ja selbst von den Drachen abstammen, wissen vielleicht, wie man sie entfesselt. Okay, auch kein Hinweis. Und die verschwundenen Artefakte hat mir auch nicht wirklich geholfen. Gut, wir tappen also noch hauptsächlich relativ blind hier rum. Dann werden wir das doch mal machen. Oder wir wollen, ich glaube, hier raus. Nein, da raus. Ja, raus. Genau. Ah ja, gut. Hier ist schön. Kurz mal gespeichert. So. Ich habe einen Hinweis bekommen. Ich habe so sehr viele Hinweise bekommen. Was ich alles machen soll. Was habe ich denn noch alles noch in Erinnerung? Ich sollte mal gucken, was Dorna für Fähigkeiten hat. Also, was für Waffen sie gut tragen und benutzen kann. Das möchte ich auch mal relativ bald tun. Ein Wolfsfeld. Okay. Wie war das? Man war sich selber nicht ganz sicher. Wir sollen sie, glaube ich, untersuchen oder sowas. Mich heilen. Aber weitere Aktionen vielleicht. Ausgruppe entfernen. Gepäck. Schloss knacken. Untersuchen wahrscheinlich. Ah ja, gut. Zwerg neutral. Schurke 3. Kleriker 1. Gut. Hauptwaffe. Eiszermalmer in diesem Fall. Schaltschaden. Bla, bla, bla. Äh. Grundangriffsbonus 2. Zauberimmunität. Ach, sie ist krank. Und die Konstellation ist verregert. Das ist natürlich dumm. So. Fertigkeit. Du hast Bluffen. Warte mal. Talente. Ist vielleicht besser. Beidhändigkeit. Du kannst also mit 2 Waffen gleichzeitig kämpfen. Mit Dolchen zum Beispiel. Okay. Blitzschnecke Reflexe. Gut. Domänenhafte Heilung. Äh. Domänenkräfte Heilung. Was ist das denn? Heilung verstärkt. Der Kleriker kann folgende Heilzauber wirken. Als würde er der Talent Zauber verstärkt benutzen. Leichte Wundenheil. Mittelschwere Wundenheil. Schwere Wundenheil. Und kritische Wundenheil. Okay. Dunkelsicht in Trin. Hinter den hältiger Angriff. Plus 2 W6. Geil. 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 Ähm. Gut. Kampftraining gegen Orks und Goblins. Und Riesen. Weil du eine Zwerglin bist. Klar. Reflexbewegung 1. Steinwissen. Das heißt, du kannst besser Dinge. Verborgene Dinge. Äh. Sehen. Als verborgene Türen und so weiter. Hat uns bis jetzt schon sehr gut geholfen. Bei der einzigen Tür, die wir bis jetzt gesucht haben. Äh. Ja. Reittiere Wunden nützt uns hier nichts. Umgang mit Rüstung. Du kannst leichte, mittelschwere und schwere Rüstung tragen. Das ist gut. Du kannst auch mit Schilden umgehen. Du kannst mit einfachen Kriegswaffen umgehen. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Genau. Und du kannst zwei Waffen führen. Also du kannst mit einfachen Kriegswaffen umgehen. Das finde ich gut. So. Ähm. Hier wurden ein paar Händler überfallen. Wie war denn das? Ich glaube, da oben konnten wir irgendwo hin. Aha. Genau. Was ich aber noch vorher machen möchte, bevor wir jetzt da hochgehen. Ist nochmal tatsächlich einen Bildschirm zurückzulaufen. Denn man sprach davon. Und ich glaube, es war Zerturio. Der. Ähm. Oder jemand anderes. Entschuldigung, falls es jemand anderes war. Ähm. Man sprach davon. Dass. Äh. Oder man schrieb mir, dass ich eventuell einen geheimen Eingang übersehen hätte. So einen Durchgang. Wie es offenbar relativ neu ist in diesem. Add-on. Ah. Das habe ich ja schon mal entdeckt in diesem vorigen Screen. Ich glaube, hier muss es umgegessen sein. Genau. Hier beim Fluss soll irgendwo ein Durchgang gewesen sein. Entweder hier. Du bist nur verlauptes Reh. Ich muss es glaube ich mal töten. Und hier war auch keiner. Okay. Gut. Weder hier. Komme ich hier rüber eigentlich? Nein. Warte mal. Wisst ihr was? Stirb. Doofes Vieh. Genau. Genau. Wir suchen hier aber noch so einen lustigen Schattenhirsch hier. Aber das bringt überhaupt nichts, wenn hier irgendein dummes Reh noch rumläuft. Okay. Hier ist also kein Durchgang. Aber irgendwo auf dieser Karte ist bestimmt irgendwo ein ganz fantastischer Schattenhirsch zu finden. Den ich irgendwann noch zu erlegen gedenke. Und ich werde glaube ich mal die Dorner heilen müssen. Weil so mit verringerter Konstitution die ganze Zeit rumzulaufen ist auch nicht gerade sehr hilfreich. Wie viele Heilpäckchen habe ich denn noch? Hier eins. Eine Heiertasche. Das ist nicht besonders viel. Ja. Was für mich bedeutet, dass ich es erstmal nicht heilen werde, bis ich die nächste Heiertasche gefunden habe. Wie viel Geld habe ich? Ich habe 2.500 ungefähr. Und wie viel brauche ich zur nächsten Stufe? Noch ungefähr 3.500. Okay. Ich gucke, dass ein Schwarzbeil jetzt schon den Ton nahe ist. Das ist ja super. Dann brauche ich mal ein kleines Steinchen von oben und kriege direkt auch mal 42 Erfahrungspunkte für lau. Dein Fell nehme ich nicht mit, weil das irgendwie auf dem Schattenpatsch gar nichts wert war. Ich gehe aber ganz gerne schon hier vorne hin, einfach geradeaus über die Brücke und schaue mal, was ich da hinten finde. So. Kurz mal ein Stückchen Getränk. Genossen, kühles Nass, kühles H2O. Also nicht kühl, aber kühl genug, dass es mich erfrischen kann. Wunderbar. Kann man hier oben noch irgendwo hin? Kann das sein, dass der Karte hier irgendwie so ein bisschen bläulich ist? Blau sieht man auf dieser Karte relativ selten. Das dürfte irgendein Fell sein. Hier ist irgendein anderer Höhleneingang. War ich da schon mal? War ich schon mal in diesem Höhleneingang? Ich gucke mir jetzt einfach ganz, ganz alle interessanten Höhleneingänge an. Ich glaube, ich war hier schon mal, weil ich habe sie schon erkundet. Könnte aber sein, dass ich einfach irgendwie sterbe durch irgendwas. Was haben wir hier? Hochwaldhöhle. Ja, okay. Räuberhöhle. Ah ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Klar war ich hier drin. Stimmt, hier waren die Räuber, die irgendwelche Händler überfallen haben. Ich finde es übrigens ganz schön, dass in diesem Spiel, also in diesem Add-on ein bisschen mehr zwischen den Charakteren gesprochen wird. Als man gerade zum Beispiel diese Händler, diese Räuber belauschen konnte, als sie gerade die Händler überfallen hatten und so weiter und so fort. Finde ich ganz gut. Ein Wolf ist da. Angriff. Also, ich lege jetzt eigentlich, ich muss bewusst aufpassen. Also, du bist noch nicht tot. Meine Güte. 26 Erfahrungspunkte für einen einzigen kleinen Wolf. So. Ähm. Es geht hier drüben auch noch lang. Weitere Spuren. Weitere Höhleneingänge. Alter Schwede, es geht nicht ab hier. So. Und hinten geht es wahrscheinlich auch nochmal irgendwo lang. Ich suche immer diesen komischen... Ach, guck mal, die Spuren führen auch da lang. Lass uns erst mal kurz den Spuren folgen. Hier ist noch eine Leiche. Und ein weiterer Höhleneingang. Gott, wie viele Höhleneingänge gibt es hier eigentlich. Gnollenhöhle. Ach, schön. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach zu besiegen. Da muss ich echt aufpassen. Okay, ich bin nicht gleich in den Kampf gestolpert. Alter Schwede. Das ist aber eine Riesenhöhle hier. Meine Güte. So, kurz mal gespeichert. Gnollkrieger, der schläft mittelschwer. Warte mal. Schlafend. Ähm. Vielleicht schaffe ich es irgendwie daran zu schleichen. Und ihn einen. Okay. Und ihn einen, äh, Schlag zu versetzen. Ach, aufzuschleichen. Angriff. Sehr, sehr schön. Ich hätte hier ganz gerne einen Schlaf vermordet, aber das geht auch so. Gut. Danke, Nard. Hast du was dabei, lieber Gnollkrieger? Du hast ein Amethyst. Das ist ganz nötig. Den Gong. Ach Gott. Ich gehe mal schnell davon aus, dass wir den Gong, dass die, äh, dass die den Gong nicht erreichen dürfen. Sonst wären wir gleich von 50.000 Gnollen, die er attackiert. Okay. Da ist eine Leiche und ein weiterer Gong. Gehen wir doch mal, ja, da hin. Da sind drei Gnolle. Das würde ich aber ganz gerne vermeiden, dass die jetzt schon mal hier ankommen. Deswegen gehe ich die mal kurz mal hier hin. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. So, hier sind... ...zwei Schützen und ein... ...Krieger. Und wo ist der Gong? Der Gong ist dort hinten. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich ihn einschlagen? Da! Nimm das! Das ist ein Problem. Angriff. Ach Gott. Moment. Angriff auf den. Da! Nimm das! Gut. Der ist tot. Das ging erstaunlich schnell. Los, Gongschütze. Angriff. Ach, stopp. Du rennst da hin. Das kannst du vergessen. Ich würde gerne, äh, hier. Erstmal eine todliche Rüstung auf mich. Au, 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 au. Und jetzt dich bitte mal töten. Also, die tödliche Rüstung hilft mir herzlich, äh, hilft mir eigentlich hauptsächlich im Nahkamm. Aber okay. Gut. Alle sind tot. Da hinten, oh, oh, oh. Da hinten, die sehen mich. Die gehen wahrscheinlich dazu einen Gong und bringen alle um. Das ist ein Problem. Gehen wir uns jetzt kurz mal zum Waffenregal. Äh, ein Alchemistenfeuer. Okay. Okay. Bewegen uns weiter hier durch. Kann man sich hier kurz regenerieren? Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen uns einen sicheren Raum suchen. Ja, ich bin beim nächsten Treffer sowieso tot, von daher ist mir den sicheren Raum sowieso ziemlich egal. Warte mal. Hier wäre ein sicherer Raum fast schon. Aber nicht so richtig. Okay. Ich nehme eine Magierrüstung. Vielen Dank. So, hier war doch gerade ein Gnoll. Bin mir ziemlich sicher. Der läuft um die Ecke. Da sind drei Eber, ein Gnollschütze und ein Gnollkrieger. Okay, lieber Gnollkrieger. Schau mal. Ah, nee, das war Schütze. Ist egal. Donner läuft schon mal hin. Der Krieger kommt zu mir. Ich gebe dir auch nie ein magisches Geschoss. Oh, das war sehr gut. So, da hinten kommt wieder einer. Ein weiteres magisches Geschoss. Ist auf dem Weg. Und ein Kältestrahl. Komm, 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 komm. Sehr, sehr gut. Die drei Eber sind auch tot. Ich wurde geheilt von irgendwem. Von Dorna wahrscheinlich. Das lief. Sehr, sehr gut. Okay, und wir wurden noch nicht angegriffen. Weil noch kein Gong ertönt ist, erstaunlicherweise. Weil bis jetzt wäre es für die Leute als ein leichtes gewesen, diese Gongs hier ertönen zu lassen. Aber okay. So, was haben wir denn hier? Ein Küpferringchen. Eine Heiltasche. Sehr, sehr gut. Ähm, Heiltasche plus eins. Bedeutet, ich kann dich jetzt endlich mal heilen, liebe Dorna. Jawohl, deine Krankheit ist damit auch geheilt. Sehr, sehr gut. Okay, hier waren aber noch zwei weitere Truhen. Oh. Okay. Der Gong ist auch mal doch ertönt, äh, ertönt. Weil, ähm, ja, die Neukrieger jetzt hier sind. Das heißt, magisches Geschoss. Und die Klinge. Schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Gelegenheitsangriffe, wahrscheinlich. Muss weg. Ich weiß, Gelegenheitsangriffe. Aua, aua, aua. Ich brauche jetzt mal eine Rüstung. Habe ich nicht mehr? Eine tödliche Rüstung wenigstens. Oh Gott, okay. Und einmal magisches Geschoss ist leider raus. Dann kriegst du noch einen Kältestrahl ab, lieber Gnollkrieger. Es sei natürlich, er ist nicht mehr in Reichweite. Dornas Tod, das ist ein Problem. Der Kältestrahl. Du bist dem Tode nah. Sehr gut. So, Dornas noch den Tode nah. Wo ist denn Bart eigentlich hin, sag mal? Du kämpfst nur noch gegen den Dolch. Das heißt, auch du bekommst einen Kältestrahl. Weg, 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 weg. Und das war's. So. Äh, kann ich dich irgendwie heilen? Bestimmt. Mit einem Heilpäckchen. Komm, bevor ich dich verliere. Läuft. Sehr schön. Kann ich mich jetzt hier ausruhen? Ach, komm, bitte. Dann nehme ich halt die Goldmünze. Ich brauche unbedingt neue Zauber. Deswegen. Malachit nehme ich gerne mit. Ähm. Kann ich mich jetzt hier irgendwie reinbegeben oder so? Komm, ich bin ja schon relativ weit außen. So, vielleicht hier unten in der Ecke. Hier ist doch nichts mehr. Ich bitte euch. Hier vielleicht. Nein. Auch das nicht. Na gut. Dann speichere ich mal. Guck mal kurz hier die beiden Truhen an und gehe nötigfalls einfach mal raus, um euch zu regenerieren. Wir finden hier ein Säurefläschchen und ich muss mal die ganzen Fläschchen hier einsetzen. Ich weiß nämlich, dass ich sonst bis zum, ähm, bis zum Ende aufheben werde. Warte mal, ich gebe dir die einfach mal. Ähm. Und dann später nicht aufwenden werde. Das ist ziemlich Quatsch. So. So, hier werde ich mich nicht mehr regenerieren können, weil hier gleich irgendwelche Gnolle waren. Aber ich kann ja irgendwie hier hingehen. Hier war eine Gnolle, deswegen kann ich nicht regenerieren. Ich gehe mal ganz kurz nicht mehr raus. Sklavengatter. Oder hier vorne hin. Geht das noch? Ne. Mein Dolch ist weg. Gut, gehen wir einfach raus. Kein Problem. Mein Gott. Das ist ganz schön, äh. Das fächert sich ganz schön auf hier, diese ganzen Gegenden. Puh. Wir brauchen unbedingt wieder mal mehr Heil-Items. Also mehr Heil-Attaschen und so weiter und so fort. Und wir müssen, äh, ein bisschen mehr auf unseren Schutz achten. Insbesondere auf Dornas Schutz und aber auch meinen Schutz. Also beides natürlich. So, wir waren jetzt bis da hinten. Aber die Karte ist noch riesengroß. Ich gehe fast daran aus, dass ich mal lieber doch nach rechts gehen sollte erst mal. Da ist da halt ein Gong. Kriegen wir schon hin? Wäre ganz witzig, wenn wir hier irgendwas durch die Wand zaubern könnten. Dann könnten wir relativ schnell, äh, einfach mal ein Dolch rein zaubern. Die sind alle so ein bisschen abgelenkt. Und wir... ...preschen da einfach rein. Apropos Ablenkung. Wie wäre es denn hier mit diesen fantastischen... oder denn da, meine getreue Klinge? Läuft das? Ja, das läuft. Guck mal, ist um die Ecke rum. So, der feine Herr möchte also jetzt irgendwie fliehen oder was auch immer das sein soll. Sehr, sehr schön. So, ich kriege jetzt noch einen Säurespritzer ab. Vielleicht ist es ja Flächenzauber. Und ein Kältestrahl. Das war nicht schlecht. Ein weiterer Kältestrahl für dich. So, der nächste ist tot. Ganz hervorragend. Und ein weiterer Kältestrahl. Auch für dich, Kältestrahl. Auch mal ganz gut. Könnte aber auch an Dorner einfach selbst dienen. So. Und den Rest können wir, glaube ich, auch in Zauber hin. Jawohl. Da hätte es noch ein weiterer Gnollkrieger. Aber Dorner ist leider etwas verletzt. Hier ist eine Leiche. Eine Leiche von was oder von wem? Auf jeden Fall mit einem Streitkolben. Eine Truhe. Mit... Oh, ein Halterspruss 1. Das ist sehr gut. Kann man immer gut gebrauchen, wie man ja gesehen hat. In dieser Folge schon. Ein Waffenregat wahrscheinlich nur mit Schund drin. Ach, eine Goldmünze. Streitachst und ein paar Schleuderkugeln. Okay, nehme ich doch gar nicht hin. Gut. Ich würde mal sagen, bevor ich den nächsten Gnollkrieger attackiere, mache ich kurz mal einen kleinen Schnitt und... Können wir gleich mal weiter an das Labyrinth hier. An dieses Höhlenlabyrinth. Sklavenkäfig, Sklavengatter. Meine Güte. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.